hallo und herzlich willkommen zurück bei american truck simulator so wir haben hier nur noch 50.000 euro ich würde gerne mehr jobs machen mit euch und zwar mache ich das so ich mache eine fahrt und am ende der fahrt melde ich mich und dann sehen wir uns den fortschritt an und danach lege ich dann sofort los und in den nächsten job an ich denke mal so können wir es machen dann sage ich mal an der stelle lang geredet kurzer sinn wir fangen jetzt sofort an ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich kann Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, 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 ja. Ich muss mal was gucken. Okay. Und Seattle. Bis zum nächsten Mal. War ich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, dann nehme ich. Bis zum nächsten Mal. 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 bauen können und okay kein getriebe aber dafür neuen motor dem wir gerne einbauen wollen also baue ich den mal ein ich guck mal kurz was okay da gibt es nichts neues alles klar aber eine kleinigkeit würde ich hier gerne noch machen geht das hier sind spiegeln gibt es hier was was mir jetzt hier noch weiter helfen könnte irgendwie nicht so schade naja gut dann werden wir noch den neuen spiegel bestellen lang geräte kurzer sinn machen uns auf der fahrt auf die nächste let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great i don't wanna go to work because my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life because i don't feel alive and there's nothing that makes me happy hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on till i get it oh and we all got dreams we all want things but what you gonna do for how you gonna move for what you gonna be and do you believe you can do anything do what you gonna do for how you gonna move for what you gonna be let's go hey yeah this is my life my strife my right to fight to die oh and this is my game to play to claim a brand new name oh and i ain't gonna lie to you i'm a bit nervous that i might screw everything up that i've ever done but what's the point of living if you ain't having fun i guess i'll try this try that might miss gotta find what i'm good at i guess i look here look there over where am i scared where am i at i gotta make it in this life whatever makes me happy i know i'm doing things right ich bin in the summer on a ghost is 2 of my nightclub or the end of the night all and we all got dreams we all want things so ane kommen und weiter auf sparweise fahren er neue ausrüstungsteile verfügbar und das ist ja bloß auflieger interessiert mich kaum so dann lassen wir uns zur nächsten werkstatt teleportieren und das kleine opfer müssen wir bringen so äh, äh... 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 Getriebe? überhaupt nicht, ne? nur Motor 2 neue Motor mhm, mhm, mhm naja zumindest können wir schon mal schneller fahren was mich persönlich ein bisschen stört ist hier dass man, ja, kein Navi hat. Hm. Ein bisschen ärgerlich. Ist auch noch Platz? Für was? Welcher, oder? Wer braucht sowas? Äh, okay. Hm. Ich würde ja gerne ein Navi hier drin haben, aber es geht nicht. Naja. Kann man nichts machen. Hier ist auch nichts Neues. Ah, okay. Level 9 erst. Ah, schade. Okay. Das ist echt schade. Kein Navi-System, nichts. Hm. Hm. Mh, ja. Naja. Wartung, muss ich reparieren. Nö, 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 nö. Kraftstofftank 757. Okay, jetzt sind wir anscheinend noch schneller. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. War's das erstmal für diese Folge. Ja, falls euch diese Folge gefallen haben sollte, gerne ein Like da lassen. Und falls du neu bist auf meinen Kanal, gerne abonnieren. Und Glocke nicht vergessen zu aktivieren, um keine weiteren Nachrichten von ATS mehr zu verpassen. Abends, 20 Uhr, täglich. Dann sag ich mal, ciao mit V, ciao mit Ö, euer Diesenchen. Tschüss. Ge-Präs. Hallgräns oder Franc. 5-mel Hauptpass. Bis zum nächsten活ấn. Ist das Karl...? Zache momentar wö...,